Rhein-Neckar-Löwen Löwen hat den montenegrinischen Nationalspieler Vladan Lipovina verpflichtet. Der Rückraumspieler wechselt vom Erstliga-Absteiger Tivi Hüttenberg zu den Löwen und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Der Linkshänder war aufgrund einer Erkrankung in der vergangenen Saison nur auf 19 Spiele für Hüttenberg gekommen und erzielte dabei 79 Tore. Mit Vladan Lipovina und Alexander Pettersson sehe ich uns in der kommenden Saison im rechten Rückraum sehr gut aufgestellt. Vladan brennt darauf, seine Klasse im Löwentrikot zu zeigen, sagte Trainer Nikolai Jacobson. Mit der Verpflichtung Lipovinas haben die Löwen ihre Personalplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Vladan Lipovina Vlägele